Prishtabhada Uttana Agnistambhasana ist die Feuerholzstellung, nach vorne gebeugt, mit verschränkten Armen hinter dem Rücken. Du legst die Unterschenkel übereinander, du beugst dich nach vorne und fasst mit den Händen an die Ellbogen. Und so hast du eine sehr schöne Feuerholzstellung. Letztlich die Unterschenkel, der Schultergürtel und die Unterarme zusammen machen wie ein aufgeschichteter Feuerholzhaufen aus. Also man könnte sagen, diese Prishtabhada Uttana Agnistambhasana ist die vollständige Agnistambhasana, man könnte sie auch nennen Purna Agnistambhasana.